Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. Foldables sind für mich persönlich noch immer eines der spannendsten Themen in unserer Tech-Branche und Samsung hat da ja mit dem ersten Galaxy Fold Anfang letzten Jahres so eine Art Vorreiterrolle übernommen. Zu Beginn gab es natürlich einige Probleme, aber spätestens mit dem Galaxy Z Flip Anfang diesen Jahres haben sie mich echt positiv überrascht, weil das Gerät deutlich alltagstauglicher war als ich erwartet hätte. Dementsprechend hoch waren natürlich auch meine Erwartungen an das neue Fold, das Samsung Galaxy Z Fold 2. By the way, kein Kommentar zur Namensgebung, ich werde dieses Smartphone ab jetzt einfach das neue Fold oder das neue Galaxy Fold nennen, aber auf dem Papier hat Samsung hier wirklich zugehört und einiges verbessert, was die Kunden sich so gewünscht haben. Die Hinge wurde deutlich verbessert, das Außendisplay hat endlich eine nutzbare Größe bekommen, das Innendisplay wurde stabilisiert, unterstützt nun eine Bildwiederholrate von 120 Hertz und das komplette Gerät sieht einfach deutlich besser und auch finaler aus, würde ich jetzt einfach mal sagen. Natürlich wurde auch der Prozessor geupdatet, die Kamera verbessert und so weiter. Ich konnte das neue Galaxy Fold jetzt wirklich einige Wochen lang ausführlich testen und vor allem auch im Alltag nutzen. Ob Samsung es hier wirklich geschafft hat, ein alltagstaugliches Gerät zu liefern, dass diese hohe UVP von 1949 Euro auch nur irgendwie wert ist, das erfahrt ihr jetzt in meinem Review. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Samsung hält prinzipiell an dem letztjährigen Konzept fest. Das Fold hat wieder zwei Displays, ein kleineres 6,2 Zoll Super AMOLED, das von Gorilla Glass Invictus geschützt wird auf der Außenseite und ein riesiges 7,6 Zoll großes Dynamic AMOLED Display im aufgeklappten Zustand. Das ist dann logischerweise flexibel. Anders als beim Huawei Mate XS wird es im zugeklappten Zustand aber eben geschützt und ist nicht ständig Gefahren ausgesetzt. In beiden Fällen sind die Displayränder nun deutlich dünner als beim Vorgänger und die fette hässliche Notch beim großen Display ist einem kleinen Punchhole mit einer 10 Megapixel Kamera gewichen. Die gleiche Lösung findet ihr auch beim Außendisplay. Unter dem Unboxing haben einige kommentiert, dass die Frontkamera im aufgeklappten Zustand doch unnötig sei, weil man auch einfach die Hauptkamera nutzen könnte. Das stimmt zwar, aber gerade für Videocoils ist diese herkömmliche Frontkamera extrem praktisch. Einer meiner größten Kritikpunkte am Vorgänger war ja, dass das Außendisplay einfach zu klein war, um es komfortabel zu nutzen. Man musste das Fold quasi immer aufklappen. Das ist nun beim Vorgänger definitiv nicht mehr der Fall. Durch den 25 zu 9 Formfaktor ist man zwar immer noch relativ eingeschränkt, aber schnell mal Nachrichten oder Mails lesen, eine WhatsApp kurz beantworten, Spotify steuern, durch Twitter scrollen etc. Das geht jetzt echt relativ gut. Ich nutze natürlich die meiste Zeit das größere Display, aber wenn man eben mal nicht beide Hände zur Verfügung hat oder es schnell gehen muss, dann ist das Außendisplay eine gute Alternative. Hier hat Samsung definitiv zugehört. Ein zweiter Kritikpunkt am ersten Fold waren natürlich Stabilität, Hinge und generell die Anfälligkeit. Auch hier hat Samsung einiges verbessert. Obwohl das Konzept, wie schon gesagt, gleich blieb, hat man das Gefühl, ein deutlich fertigeres, hochwertigeres Gerät in der Hand zu halten. Das neue Fold ist etwas breiter und kantiger als der Vorgänger. Die Lücke im zugeklappten Zustand ist kleiner geworden und die Hinge deutlich flexibler. Ähnlich wie schon beim Z Flip hält der Mechanismus nun in nahezu allen Winkeln bis 180 Grad und es wirkt alles einfach deutlich stabiler. Hier könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das Ganze auch in zwei Jahren noch hält. Das Einzige, was mich nach wie vor etwas stört, ist die Beschaffenheit des Hauptdisplays. Samsung meint zwar, dass auch hier Glas mit eingearbeitet wurde, aber davon merkt man nicht wirklich was. Ab Werk ist eine Schutzfolie angebracht, die schon nach zwei Wochen Nutzung einige Kratzerchen hat und Fingerabdrücke magisch anzieht. Und naja, das Feeling beim Scrollen ist nicht wirklich geil. Es gibt schon einige Videos auf YouTube, die zeigen, dass man diese Folie problemlos abziehen und das Gerät dann weiter nutzen kann. Samsung empfiehlt aber, das nicht zu tun und stattdessen die Folie im Bedarfsfall in einem Samsung Service Center austauschen zu lassen. Am Ende muss das jeder selbst entscheiden, aber ich persönlich würde bei einem 2000 Euro Smartphone kein Risiko eingehen. Da merkt man dann halt doch, dass die ganze Technologie noch in ihren Kinderschuhen steckt. Weniger gestört hat mich der Knick, der bei so einem Foldable natürlich unweigerlich entsteht. Der sieht auf Videos deutlich schlimmer aus als in echt. Schon nach ein paar Tagen hat man sich da ähnlich schnell dran gewöhnt wie an eine Notch oder halt ein Punchhole. Der Rahmen des neuen Folds besteht aus gebürztetem Aluminium und fühlt sich extrem hochwertig an. Die linke Seite ist komplett blank gehalten. Rechts finden wir dann den Powerbutton, in dem gleichzeitig auch ein Fingerabdrucksensor integriert wurde und natürlich die lauter leise Wippe. Beide sind erstaunlich gut zu erreichen und super verarbeitet. Der Fingerabdrucksensor könnte für meinen Geschmack etwas schneller und auch zuverlässiger reagieren. Ich hoffe, dass da in Zukunft mit einem Update nachgebessert wird. Dass sie das durchaus besser können, hat Samsung ja beispielsweise beim Galaxy S10e gezeigt. Auf der rechten Seite sitzt dann auch der Einschub für die Nano-SIM. Dual-SIM ist über eine eSIM möglich. Der 256 GB große interne Speicher kann aber nicht erweitert werden. Auf der Oberseite findet ihr dann neben einem ersten Mikrofon den ersten von zwei Lautsprecher-Ausgängen. Der zweite wurde über den USB-C 3.1-Pod und einen weiteren Mikrofon auf der Unterseite platziert. Die Lautsprecher klingen wirklich hervorragend. Sie sind noch mal lauter und liefern einen noch volleren Klang als die im Note 20 Ultra beispielsweise. Hier hat Samsung ganze Arbeit geleistet. Die Rückseite besteht zumindest bei meinem Testgerät in der Farbe Cosmos Bronze aus mattem Glas. Es ist das gleiche Material wie beim Note 20 Ultra und fühlt sich super hochwertig und griffig an. Auch wenn das nicht unbedingt meine Farbe ist, war ich hier insgesamt sehr angetan. Das neue Fold macht einen extrem hochwertigen Eindruck. Auch das Kameradesign wurde an Samsungs andere 2020er Flaggschiffe angepasst. Ihr findet hier eine 12 Megapixel Hauptkamera, eine 12 Megapixel Weitwinkelkamera und eine 12 Megapixel Telesumlinse. Die Kamera ragt zwar sichtbar aus dem Gehäuse hervor, aber egal ob im geschlossenen oder im aufgeklappten Zustand, das neue Fold wackelt auf einem Tisch liegend bei der Bedienung kaum. Noch ein paar Worte zum Formfaktor. Das neue Fold wiegt stolze 279 Gramm und ist im geschlossenen Zustand 16,8 Millimeter dick. Das ist schon eine Ansage. Man weiß hier definitiv, was man in der Hosentasche hat und gerade in kleinere oder engere Hosentaschen passt das Gerät auch einfach mal gar nicht. Das ist ein weiterer Kompromiss, den man eingehen muss, wenn man eins dieser Foldables aktuell nutzen möchte. Persönlich würde ich das Ding nicht jeden Tag in der Hosentasche haben wollen. Gegen das Eindringen von Wasser oder Staub ist das Fold natürlich auch nicht geschützt. Die restlichen technischen Daten sind dann schnell zusammengefasst. Es kommt natürlich mit Android 10 und Samsungs One UI in der Version 2.5. Als Prozessor kommt hier der Qualcomm Snapdragon 865 Plus Octa-Core mit maximal 3,1 GHz zum Einsatz. Geht doch. Dazu gibt es dann 12 GB RAM. Gerade bei solchen Foldables ist natürlich auch der Softwareteil immer ziemlich interessant. Auf den ersten Blick wirkt hier alles wie beim Galaxy S20 oder Note 20 Ultra. Auch das neue Fold hat alle bekannten Features wie das geniale Always-On Display, die Gestenssteuerung und so weiter. Und auch hier ist wieder das übliche an Bloatware wie die Microsoft Office Apps, Netflix oder Spotify vorinstalliert. Samsung hat sich aber natürlich auch einiges für diesen speziellen Formfaktor einfallen lassen. Loben muss ich sie dafür, wie gut man die beiden Displays voneinander trennt. Ihr könnt beispielsweise unterschiedliche Homescreen-Anordnungen für jedes Display wählen und klar auch unterschiedliche Wallpaper. Mit so einem großen Display macht natürlich auch vor allem Multitasking Sinn und da war Samsung ja schon immer ein Vorreiter. Mit Multi-Window und Floating-Windows könnt ihr theoretisch bis zu 8 Apps nebeneinander laufen lassen. Habt ihr mal eine Kombination gefunden, die euch besonders gut gefällt, dann könnt ihr das Ganze als eine Art Vorlage speichern, um genau diese Apps in genau dieser Anordnung schnell wieder zu öffnen. Hier hat Samsung echt mitgedacht und gerade wenn man unterwegs ist, ist Multitasking auf dem neuen Fold extrem nützlich. Der Wechsel zwischen kleinem und großem Display funktioniert prinzipiell super schnell und flüssig und zwar mittlerweile auch in beide Richtungen. Die App muss aber natürlich für das Ganze optimiert sein. Bei vielen ist das schon der Fall, bei einigen aber auch noch nicht. Instagram zum Beispiel sieht katastrophal aus, ist aber auch zum Beispiel auf den iPads der Fall. Also das ist einfach ein generelles Problem mit Instagram und Tablets. Der Flex-Mode ist dann natürlich das nächste Highlight, das Samsung sich so einfallen lassen hat. Passt natürlich auch perfekt zum Fold. Den kennt man ja teilweise schon vom Z-Flip. Gerade in der Kamera ist das Ganze vorbildlich umgesetzt. In der Note-Apps eigentlich auch. Zum wirklich komfortablen Tippen mit beiden Händen ist das Display aber zu klein. Bei YouTube kann man das Potenzial erahnen, sieht aber wie bei so vielen anderen Apps auch, dass hier nichts angepasst wurde. Hier rächt es sich dann natürlich auch, dass Android-Tablet-Apps seit Jahren vernachlässigt. Das Potenzial dieses Flex-Modes ist riesig, aber jetzt liegt es an den Entwicklern darauf auch aufzuspringen. Performance-Technisch hat mich das neue Fold eigentlich auf ganzer Linie überzeugt. Alltägliche Dinge macht es super schnell und ohne größere Rucklau oder Verzögerungen. Auch das gezeigte Multitasking etc. ist überhaupt kein Problem. Da hier ein dynamisches 120 Hz AMOLED-Display zum Einsatz kommt, wirkt vieles nochmal merkbar flüssiger als beim Vorgänger und dieser bekannte Jelly-Effekt fällt dadurch auch kaum mehr auf. Auch mit aktuellen Spielen hat das neue Fold natürlich keine Probleme. Tolle Grafik, hohe Frame-Rates und prinzipiell eignet sich das große Display natürlich perfekt zum Zocken. Auch hier ist es aber leider so, dass viele Spiele eben noch nicht für das Fold und den Formfaktor optimiert wurden. Wenn man den Prozessor mal richtig fordert, vor allem mit Benchmarks, wird das neue Fold ziemlich warm. Im Alltag halten sich die Temperaturen, wie ich finde, aber in akzeptablen Grenzen. Es sei denn, wenn man wirklich lange und viel mit dem Gerät zockt. Das ist beim Mate XS von Huawei übrigens ganz ähnlich und vermutlich auch einfach dem Formfaktor geschuldet. Über die beiden Displays haben wir ja eigentlich schon ausführlich gesprochen. Jetzt wollen wir uns aber auch noch die Panels an sich anschauen. Ich war erstaunt, wie gut Samsung es diesmal geschafft hat, die beiden Panels aufeinander abzustimmen. Nur die 120 Hz sind natürlich ausschließlich auf dem großen Display möglich. Farbdarstellung und Farbechtheit sind in beiden Fällen wirklich gut. Inhalte werden realistisch dargestellt. Man hat aber trotzdem diese OLED-typischen genialen Schwarz- und Kontrastwerte. Die beiden Displays könnten natürlich schärfer sein, aber im Alltag erkennt man nur selten einzelne Pixel. Wirklich gestört hat mich das so gut wie nie. Im Vergleich zum Vorgänger wurde vor allem die Displayhelligkeit merkbar verbessert. Man ist hier zwar immer noch nicht auf S20 oder Note 20 Ultra Niveau, aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt Probleme mit der Ablesbarkeit, auch nicht bei direkter Sonneneinstrahlung. Nur die Folie, die stört hier natürlich auch wieder etwas weise spiegelt. Aber insgesamt sind das zwei hervorragende Displays, bei denen man, was die Darstellung angeht, kaum Abstriche machen muss. Kommen wir zur Kamera. Auch hier erwarten euch die bekannten Funktionen. Portrait-Modus, manueller Modus, Nachtmodus, das ist natürlich alles mit an Bord. Die Bildqualität ist mehr oder weniger identisch mit dem Galaxy S20 und S20 Plus. Nur die Telesum-Linse ist vielleicht einen Tick schlechter. Aber ich finde, die Bildqualität geht auch noch in Ordnung. Das ist beim S20, wie gesagt, kaum besser. Auch die Wide-Winkle-Kamera liefert bei guten Lichtbedingungen definitiv einen Mehrwert. Die Konkurrenz ist aber gerade bei der Bildschärfe teilweise schon sichtbar besser. Die Hauptkamera gefällt mir dann wieder richtig gut. Tolle Bildschärfe, gute realistische Farbwiedergabe und ein hervorragender Dynamikumfang. Klar, die 108-Megapixel-Sensoren vom Note 20 oder S20 Ultra haben bei der Schärfe die Nase vorne, aber die Unterschiede sieht man überwiegend nur auf großen Monitoren. Auch die Low-Light-Performance, also die Aufnahmen bei schlechteren Lichtbedingungen, wissen zu überzeugen. Huawei oder eben die Ultra-Geräte haben bei der Bildschärfe auch hier die Nase vorne und teilweise übertreibt es der Nachtmodus immer noch mit den Kontrasten. Sony oder Apple liefern ein deutlich realistischeres Bild. Trotzdem können sich die Aufnahmen hier wirklich sehen lassen. Auch die Videoqualität überzeugt auf ganze Linie. Auf die aktuell sowieso unnötige 8K-Spielerei hat man hier verzichtet. Die 4K-Videos überzeugen aber mit guter Stabilisierung, toller Bildschärfe und einer guten Farbwiedergabe. Hier gibt es überhaupt nichts zu meckern. Für Selfies würde ich euch empfehlen, wann immer möglich, die Hauptkamera zu nutzen. Da kann man das Außendisplay hervorragend als Viewfinder nutzen. Die beiden eigentlichen Frontkameras liefern dann genau das Ergebnis, was man von den meisten anderen 2020er Samsung-Flaggschiffen kennt. Bei der Schärfe und vor allem auch der Farbwiedergabe gibt es hier definitiv Luft nach oben. Empfang und Sprachqualität sind Samsung typisch sehr gut. Auch 5G unterstützt das neue Fold natürlich bereits. Gespannt war ich auch auf die Akkulaufzeit. 4500 mAh sind für das Hardware-Paket ja nicht mal so viel. Es kommt am Ende natürlich stark darauf an, wie intensiv ihr das große Display nutzt, denn das frisst Akku, gerade im adaptiven Modus mit 120 Hz. Ich schaffe trotzdem etwa 6 Stunden Display-On-Time mit aktivierten 120 Hz. Mit 60 Hz sind sogar so 7,5 Stunden möglich. Möglich, wie gesagt, kommt immer auf die Nutzung an. Dabei habe ich wie gesagt überwiegend das große Display genutzt zum Lesen von Benachrichtigungen, Songskippen etc., aber eben das kleine. Ich komme mit dem neuen Fold auf jeden Fall meist durch den Tag, trotz 120 Hz. Und im Ernstfall kann man ja die 120 Hz einfach deaktivieren oder häufiger das kleine Display nutzen. Da ist man ja relativ flexibel. Ich war hier am Ende echt positiv überrascht, vor allem von dem niedrigen Standby-Verbrauch. Das ist wieder der beste Beweis, dass der Snapdragon sich hier deutlich besser schlägt als der Exynos. Mit dem mitgelieferten 25 Watt-Netzteil dauert eine komplette Ladung aufgrund des zweigeteilten Akkus knapp 2 Stunden. Wireless-Charging ist bis zu 11 Watt möglich, wenn man bedenkt, dass das hier ein Foldable ist. Nach wie vor super beeindruckend, finde zumindest ich. Und damit sind wir jetzt auch schon beim Fazit angelangt. Ich will gar nicht sagen beim Ende des Videos, denn das wird jetzt noch etwas dauern. Wir beginnen mit den Pro-Punkten, also den Punkten, die für das neue Fold sprechen. Einfach an natürlich Haptik und Verarbeitung. Super hochwertiges Gerät, aber eben auch ein alltagstaugliches Design mit deutlich verbesserter Hinge. Also diesem Smartphone traue ich durchaus zu, dass es 2, 3, 4 Jahre überleben könnte. Der nächste Punkt geht damit irgendwie einher. Design und Formfaktor. Wie gesagt, das schönste, beeindruckendste Foldable aktuell auf dem Markt, aber man hat definitiv einen Mehrwert. Beispielsweise durch diesen Flex-Mode. Der ist noch nicht in vielen Apps gut umgesetzt, aber wenn er das ist, dann sieht man das Potenzial. Man kann die Hauptkamera als Frontkamera nutzen und so weiter. Und man hat halt auch immer dieses riesige Display mit dabei. Das ist schon echt eine geile Sache. Der nächste Punkt sind dann die Displays an sich, die wirklich gut sind. Wir haben jetzt das vergrößerte Außendisplay. Dünnere Display-Ränder. Wie gesagt, kaum mehr Ränder, dann nicht mehr diese hässliche Notch und auch eine deutlich verbesserte Bildschirmhelligkeit. Eigentlich fast alles, was ich mir so gewünscht habe. Der nächste Punkt dann ist die gute Kamera-Performance. Wie gesagt, ich komme da gleich nochmal drauf, weil es wäre natürlich noch mehr möglich gewesen, aber prinzipiell können die Kameras wirklich überzeugen. Das gilt auch für die Performance. Die ist im Prinzip genauso gut wie bei allen 2020er Samsung-Flaggschiffen. Hier gibt es nichts zu meckern. Der letzte Punkt sind dann wieder viele kleine zusammengefasst zu einem großen. Wir haben hervorragende Lautsprecher. Habe ich schon lange nicht mehr so gut gehört. Bei einem Smartphone. Wireless Charging wird unterstützt, obwohl es ein Foldable ist. Und wir haben 256 GB Speicher. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Die Akkulaufzeit habe ich dann unter neutral eingeordnet. Sie ist weder besonders gut noch irgendwie großartig schlecht. Wie gesagt, der Standby-Verbrauch ist besser, aber man hat halt dieses riesige Display und nur 4500 mAh. Dafür, finde ich aber, kann man mit der Akkulaufzeit auf jeden Fall leben. Die Contra-Liste wird natürlich ganz klar angeführt von der hohen UVP. 1.949 Euro. Darauf komme ich aber gleich nochmal. Der nächste Punkt. Es ist natürlich nicht IP-zertifiziert. Es hat keinen Micro SD-Slot und es hat diesen unzuverlässigen Fingerabdrucksensor. Zumindest bei letzterem hoffe ich, dass der mit Updates noch verbessert wird. Wäre ja nicht das erste Mal bei Samsung. Klar, dass das Ding nicht IP-zertifiziert sein kann, ist eigentlich auch selbstverständlich. Aber 1.950 Euro. Ja, da tut mir das dann irgendwie doch weh. Der nächste Punkt sind die langen Ladezeiten für so einen Flaggschiff. Wie gesagt, dadurch, dass der Akku zweigeteilt ist, dauert es halt ziemlich lang. Das macht eigentlich die komplette High-End-Konkurrenz besser. Und was ich eben auch schon angedeutet habe, wir haben halt nicht das bestmögliche Kamerasetup. Das stört mich ganz ähnlich wie bei Huawei. Klar, dann wäre das Gerät vermutlich noch schwerer geworden, aber das wäre hier dann auch schon fast verschmerzbar. Weil wie gesagt, die Kamera vom Note 20 Ultra oder S20 Ultra ist schon nochmal eine Ecke besser, gerade beim Zoom. Viele Apps sind auch einfach noch nicht angepasst oder optimiert. Damit meine ich einerseits den Flex-Mode, aber halt schon auch, dass sie einfach auf beiden Displays genutzt werden können, beziehungsweise, dass man auf dem großen Display überhaupt einen Vorteil hat. Das ist ein generelles Problem von Android für Tablets. Das wird Samsung so schnell nicht lösen können. Aber ich habe halt einfach die Hoffnung, dass durch diese Foldables in die ganze Sache nochmal etwas Bewegung reinkommt. Paradebeispiel dafür ist ja zum Beispiel die Twitter-App. Der letzte Punkt, das habe ich ja auch schon mehrmals erwähnt, zum einen die Abmessungen und das Gewicht. Das Ding ist halt einfach ein Klotz. Müsst ihr euch gut überlegen, ob ihr das jeden Tag mit euch mitschleppen wollt. Und dann stelle ich halt auch nochmal die Frage mit der Stabilität. Also das Einzige, was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist diese Folie, die wirklich nervt. Man kann sie, wie gesagt, abziehen, aber ob das Gerät dann unbedingt noch so stabil ist, sie dann alle zwei, drei, vier Wochen in so einem Samsung Service Center wechseln zu lassen, halte ich auch nicht für zielführend. Und wenn sie halt drauf ist, ist das ganze Feeling komisch. Fussel werden angezogen, sie verkratzt schnell, sie ist anfälliger für Fingerabdrücke und so weiter. Also das ist tatsächlich das Einzige, was mich am Fold, was das Konzept so angeht, noch ziemlich stört. Ich hoffe, dass es in Zukunft verbessert werden kann. Ich glaube, ihr habt schon rausgehört, dass mir das Samsung Galaxy Z Fold 2 ziemlich gut gefallen hat. Einfach, weil Samsung zugehört hat und viele der Dinge, die mich am Vorgänger noch gestört haben, einfach verbessert wurden oder gar beseitigt wurden. Ein paar Beispiele gefällig sind natürlich das Außendisplay, das jetzt endlich eine nutzbare Größe hat und generell von der Qualität verbessert wurde. Natürlich auch die verbesserte Displayhelligkeit, die dünneren Displayränder des Hauptdisplays, das verbesserte Scharnier oder die ganzen Softwareanpassungen, die Samsung so macht. Das Galaxy Z Fold 2 ist aktuell definitiv das beste Foldable auf dem Markt und es macht einfach Spaß, es im Alltag zu nutzen. Und ich bin der Meinung, wenn man sich auf die ganze Sache einlässt, dem Ganzen eine faire Chance gibt, dann bekommt man hier auf jeden Fall auch einen Mehrwert geboten. Ist das jetzt 1.949 Euro wert? Nein, für die meisten natürlich nach wie vor nicht. Aber letztes Jahr, Anfang dieses Jahres, meinte ich ja noch, dass sich so ein Foldable für niemanden lohnt. Dieses Mal mit dem Galaxy Z Fold 2 im Hinterkopf würde ich das Ganze anders formulieren. Ich würde sagen, die wenigen da draußen, die wirklich so viel Geld haben, einerseits und andererseits von diesem ganzen Foldable-Thema so begeistert sind, dass sie auch bereit sind, so viel Geld auszugeben, die sollten auf jeden Fall zum neuen Fold greifen. Die bekommen hier einiges geboten und dürfen mit dem Smartphone sehr viel Spaß haben. Keine Frage, ein herkömmliches Smartphone hat preisleistungstechnisch immer noch mehr zu bieten. Aber wie gesagt, für diese kleine Gruppe, denen kann ich das neue Fold auf jeden Fall weiterempfehlen. Allen anderen da draußen, und ich glaube, das dürften die meisten sein, würde ich aber nach wie vor empfehlen, zu einem herkömmlichen Smartphone zu greifen, sich viel Geld zu sparen und halt einfach abzuwarten. Einerseits natürlich, weil die Foldables in den nächsten Monaten und Jahren sicherlich noch günstiger werden. Das sieht man ja jetzt schon teilweise. Andererseits aber auch einfach, weil sie alltagstauglicher werden, weil sie stabiler werden und weil die Entwickler dann auch Zeit haben, das Maximale aus diesem Formfaktor rauszuholen. Aber ich bin wirklich optimistisch, dass 2021, 2022 spätestens da sehr, sehr viel passieren wird. Also diese Foldables, die sind definitiv gekommen, um zu bleiben. Und das Galaxy Z Fold 2 ist so eine riesige Verbesserung im Vergleich zum Vorgänger, dass ich da jetzt wie gesagt echt optimistisch gestimmt bin. Das soll es aber von dem Video hier gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.